Ich bin ehrlich gesagt, ich schaue jetzt an. Wir haben bereits zurückgekehrt. Ich denke, jetzt ist es wichtig, sich wieder zu fokussieren und sich bereit für das erste Spiel am Sonntag. Ich denke, wir sind in eine gute Situation mit PSV. Aber es ist noch in der Mitte der Saison, also müssen wir hart arbeiten und uns vorbereiten, besonders in diesen schwierigen Zeiten, um die Spieler fit zu werden. Ich denke, es ist wichtig, dass sie wieder mit uns spielen können. Ich denke, es ist wichtig, dass sie wieder mit uns spielen können. Ich denke, es ist wichtig, dass sie in dieser sehr kurzen Saison wieder bereit sind. Das passiert sehr viel. Davy Popper quit, Joey Wehrmann kam, Sangare ist in der Afrika Cup, Romaglio ist injured. Ist das eine große Puzzle für dich? Das Puzzle ist immer das gleiche in der Fußball. Man muss immer alles adjustieren, aufgrund der Situation, wie du sagst. Die persönliche Situation in der Saison ist klar. Wir haben noch ein paar Spieler verletzt. Nicht nur Andrej, sondern auch Ryan Thomas, Noni und Eran. Wir müssen den neuen Spieler integrieren. Joey Wehrmann mit Joey Wehrmann. Davy Popper left. Ich denke, das ist natürlich etwas, was in der Fußball immer passiert. Ich denke, man muss immer fokussiert sein, was man beeinflusst. Ich denke, wir haben ein gutes Team. Auch viele Spieler in der ersten Halten der Saison gezeigt haben, dass sie bereit sind, um die Verantwortung zu nehmen. Ich denke, wir haben viele Spiele gewonnen. Auch in der ersten Halten war es nicht einfach. Wir haben auch viele Spieler gewonnen. Wir haben viele Spieler gewonnen. 32 Spieler gewonnen. Und wir sind trotzdem die erste in der Liga. Ich denke, dass es in diesem neuen Fußball ist sehr wichtig, dass man immer sehr kurzfristig ist. Die langfristige Vorbereitung oder die langfristige Visionen ist unmöglich. Also muss man immer nach dem nächsten Mal schauen. Das ist das, was wir machen. Wir müssen auf der Saison spielen und wollen dieses Spiel gewinnen. Wir werden nicht auf 100 Prozent gewinnen, sicher nicht. Wir werden nicht ein perfektes Spiel spielen. Aber ich denke, wir sind gut genug vorbereitet, um die drei Punkte zu kämpfen. Der erste Mal ist gegen Groningen. Was erwartet ihr von diesem Spiel? Ich denke, es ist immer schwierig gegen Groningen zu spielen. Und auch unser Home-Match war ein sehr guter Spiel. Es war sehr interessant. Mit viel ups und downs. Aber wir haben auch gezeigt, dass wir diese schwierigen Spiele gewinnen können. Wir erwarten ein schweres Team. Und wir müssen bereit sein, dass sie ihre Momenten in der Spiel schauen können. Mit counterattacken, mit langen Ballen, mit Set-Pießen. Ich denke, wir wissen, was wir müssen erwarten. Wir müssen bereit sein. Und wir wollen auch noch ein weiterer Schritt in unsere Entwicklung machen. Besonders zu spielen. Du bist sehr überzeugt. Und das ist auch das Gefühl in der Gruppe. Sie sind überzeugt, dass sie wieder wieder die Saison starten? Ja, natürlich. Wir wissen, dass wir ein guter Team sind. Aber wir wissen auch, dass wir sehr hart in den letzten Monaten gearbeitet haben. Wir müssen in dieser Position sein. Es ist nicht so, dass jeder zu viel confidence hat. Das ist nicht gut. Selbst-confidence ist wichtig. Aber auch, dass wir wissen, dass wir immer sehr hart arbeiten müssen, um erfolgreich zu bleiben. Das ist etwas, was wir auch in den letzten 1,5 Jahren gelernt haben. Und jetzt, natürlich, ist es eine sehr kurze, letzte Preparation für das Spiel mit der ganzen Squad. Wir haben viele Spieler in den letzten Tagen verloren. Ich denke, dass wir, vielleicht am Ende der Woche, fast alle fit Spieler im Training haben. Und dann müssen wir die Tension und den Fokus auf den Sunday erhöhen. Wir machen weiter space ride. Es wäre einfach, der Stelle gott separately. Wir müssen auch etwas sehen. Aber mit Meinung ein Muss auf zwisch? Ich Hourfill virus. Untertitelung des ZDF, 2020